so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die no fear von explod ich erfülle mir gerade einen traum die zu zünden ich wollte schon immer mal haben und jetzt habe ich sie gekauft wurde die bei pyroland.de und guck mal auch mal schnell hier rein so sieht es aus und ja die soll ja nicht so gut sein sage ich jetzt mal so aber irgendwie habe ich die schon rein wegen dieser performance gekauft weil es gibt hier sechser salven nach links und rechts raus dann mal einen fächer dann mal einzelschuss und das alles schön in gold und und diese performance ich finde leute einfach diese performance ist einfach zu göttlich 460 gramm ist ja auf dem guten stück zu 25 kaliber und 36 schuss kostenpunkt liegt dabei keine ahnung irgendwas von 20 bis 30 denke ich mal hier steht es auch mal 460 gramm und jetzt geht es raus und wir zünden die keine angst von explod die no fear jetzt geht es los weiter geht mit der no fear von explod fetter kasten zum ersten mal jetzt keine ahnung wie viel gramm ultra geile performance und dann mal den himmel voll gold weiter weiter Alter, geil! Wie geil ist die denn? Richtig schmeckt! Junge! Das Gold! Jungs! Alter! Richtig gut, man! Alter! Harte Arbeit, dicker, viel im Stress! Ja! Bin am ganzen dicker, wie wie es! Ja! Keine Hunde, wollen mich testen, ja!